Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mitten in der Pandemie bauen Sie Intensivbetten ab. 10.000, über 4.000 alleine schon wieder in diesem Jahr, mitten in der Pandemie. Und jetzt schlagen Sie Alarm, wir haben zu wenig Betten. Seit Jahrzehnten vernachlässigen Sie die Pfleger, Sie haben alles dafür getan, den Job unattraktiv zu machen. Auch mitten in der Pandemie. Mindestens 100.000 fehlen und nun fällt Ihnen auf, wir haben zu wenig Pfleger. Aber für Ihr Versagen wollen Sie das Land nun in den nächsten Lockdown schicken. Ja, Sie wollen sogar einen Impfzwang installieren. Da helfen auch Ihre rhetorischen Taschenspielertricks nicht, Herr Wüst. Die Schuld daran hätten ja angeblich nicht Sie. Nein, von Ihrem Totalversagen lenken Sie lieber aggressiv ab. Sie haben sich einen Sündenbock herausgesucht. Den gesunden Ungeimpften mit Negativtest, der soll es angeblich sein. Meine Damen und Herren, Ihre These ist doch, und korrigieren Sie mich, falls ich da irgendwas geändert haben sollte, das Gesundheitssystem darf nicht überfordert werden. Das ist doch der Grund für all die Maßnahmen seit fast zwei Jahren. Und ja, das ist an sich vernünftig. Natürlich soll das Gesundheitssystem nicht kollabieren, da sind wir ja bei Ihnen. Die Frage ist aber, sind Sie da auch bei sich? Denn was tue ich, wenn ich befürchte, dass ein System ausgelastet, ja überlastet werden könnte? Ich erhöhe die Kapazitäten. Was haben aber Sie stattdessen gemacht? Sie haben mitten in der Pandemie Intensivbettenkapazität abgebaut. Tausende Betten sind weg. Und jetzt sagen Sie, wir haben womöglich zu wenig davon. Das ist vollkommen verantwortungslos und an Dreistigkeit, den Menschen gegenüber kaum noch zu überbieten. Und es ist eine Schande, den schwarzen Peter wollen Sie dafür nun den Ungeimpften zuschieben. Haben die Ungeimpften die Betten abgebaut oder waren Sie das, meine Damen und Herren? Ich möchte von Ihnen wissen, warum haben Sie die Kapazitäten der Intensivmedizin heruntergefahren, anstatt sie auszubauen? Wie können Sie es eigentlich noch wagen, sich hier hinzustellen und alle paar Wochen eine 180-Grad-Wende nach der nächsten hinzulegen? Ich zitiere Frau Merkel, nicht lange her, es wird keine Impfpflicht geben. Markus Söder im August, es wird jetzt definitiv keinen Lockdown mehr geben. Jens Spahn im Oktober, der Ausnahmezustand kann aus meiner Sicht beendet werden. Und demnächst Kanzler Olaf Scholz, der behauptet im Wahlkampf im September, Zitat, Corona ist ja bald vorbei. Es wird keine Impfpflicht geben. Es wird keinen Lockdown geben. Corona ist ja bald vorbei. Aussagen des Spitzenpersonals von CDU und SPD aus den letzten Wochen. Der Realitätscheck, der sieht anders aus. Aber der Realitätscheck, der sagt viel aus über Ihre Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Wir sind über 80 Millionen im Land, etwa 5.000 davon, im Zusammenhang mit Covid-19 hospitalisiert. Das sind 0,006 Prozent. 0,006 Prozent. Und Sie verfallen in Schockstarre, Destruktion und autoritäre Maßnahmen. Etwas anderes fällt Ihnen gar nicht mehr ein. 0,006 Prozent. Und Sie antworten mit Lockdown und Impfpflicht für alle, anstatt mit Bettenaufbau für die wenigen, die ihn benötigen. Sie antworten mit einem gebrochenen Versprechen nach dem anderen. Meine Damen und Herren, Ihre Corona-Politik ist gescheitert. Ihre Antwort darauf, noch mehr von dieser gescheiterten Politik auf Kosten der Einzelnen. Wieder werden Kinder die Möglichkeit zur Bildung verlieren. Wieder verlieren die Menschen Jobs oder müssen in Kurzarbeit. Wieder verlieren Selbstständige ihre Existenzgrundlage. Aber auf Kosten der Gemeinschaft spalten und hetzen sie gar. Sie suchen nach Sündenböcken für ihr eigenes Versagen. Aber wer ist denn ungeimpft? Da müssen wir doch mittlerweile zwischen praktisch und formal unterscheiden. Formal sind Menschen mit Johnson & Johnson geimpft. Aber nun sagt das RKI, diese Impfungen seien in ihrer Wirkung, Zitat, ungenügend. Ungenügend, das heißt in Schulnoten gesprochen, setzen sechs. Drei Millionen Menschen im Land mit Johnson & Johnson. Dazu zig Millionen, deren Impfschutz von BioNTech stark nachgelassen hat. Sie sind alle formal geimpft. Ihre App weist Sie so aus. Sie dürfen bei 2G essen und einkaufen gehen. Aber der negativ getestete Gesunde wird ausgesperrt. Das ist vollkommen verrückt. Sie konstruieren daraus eine angebliche Pandemie der Ungeimpften. Aber selbst Ihr Heiliger Drosten hält dagegen. Natürlich, das ist nämlich erkennbarer Unsinn. Die Zahl der Geimpften auf den Intensivstationen steigt. Und auch Ihr Versuch, das auf die Jungen zu schieben, wird von den Fakten klar widerlegt. Die Toten sind im Durchschnitt 84, die Masse der Kranken über 60, über 70. Nehmen Sie doch nach zwei Jahren endlich einmal diese Fakten zur Kenntnis. Dann haben wir auch weniger unsinnige Regeln. Gestern Abend zum Beispiel war ich essen. Der Kellner, der mich bediente, hat nun 3G am Arbeitsplatz. Er darf, weil er nachweislich gesund und getestet ist, ungeimpft arbeiten und mich bedienen. Immerhin. Wenn er sich aber nach zehn Stunden Arbeit an meinen Tisch setzt, um selber mal etwas zu bestellen, dann muss er gehen. Dann schmeißt man ihn raus. Denn zum Essen gilt 2G. Das ist so asozial und unsinnig. Aber es zeigt symptomatisch, wie unüberlegt Ihre ganze Politik ist, meine Damen und Herren. Erklären Sie mir, erklären Sie den Kräften in der Gastronomie, warum sie ungetestete Geimpfte bedienen dürfen, aber gesund und getestet nicht bedient werden dürfen, Herr Wüst. Diese Menschen haben doch endlich ein Recht zu erfahren, wie sie einen solchen Unsinn anordnen können. Aber kommen wir zurück zu Ihrem Heilsversprechen der Impfung. Nur ein Pieks, so hieß es. Dann sind wir alle frei, so hieß es. Und jeder, der anderes sagte, der zum Beispiel die Wirkungsdauer infrage stellte, der war Rechtspopulist. Dann waren es zwei Pieks. Das reicht dann aber wirklich. Damit ist alles vorbei. Vor wenigen Wochen hieß es drei. Also drei Pieks. Wirklich, das war es dann. Und jeder, der nicht mitmacht, ist schuld an allem. Jetzt reden wir von der vierten Impfung in anderthalb Jahren. Wie lange soll und wie oft soll der Impfzwang denn da gelten? Jahrelang, für immer, für jeden, meine Damen und Herren. Und wissen Sie was? Ich bin bekanntermaßen selbst geimpft und zwar doppelt. Ich habe das früh gemacht, weil ich Verantwortung trage. Ich trage seit bald 30 Jahren Verantwortung für die Menschen, die mir als Betreiber von Heimen für psychisch Kranke anvertraut sind. Verantwortung für meine Bewohner genauso wie für meine Mitarbeiter. Niemals aber käme ich auf die Idee, meine Bewohner oder Mitarbeiter dazu zu zwingen. Denn genau das wäre verantwortungslos. Wissen Sie eigentlich, welchen Schaden Sie mit Ihrer autoritären Hysterie anrichten? Eine Bekannte hat sich vor zwei Wochen davon anstecken lassen. Nicht von Corona, sondern von ihrem Unsinn. Sie war genesen, doppelt geimpft und wollte sich nun unbedingt boostern lassen. So steht es ja in der Zeitung. So sagen es doch die Politiker. Und der Zwang kommt auch. Das Ergebnis, sie kippte um und war zwei Stunden weg, denn sie hatte mehr als genug Antikörper im Blut. Eine weitere Impfung war nämlich völlig unsinnig. Die Tage sitze ich mit einem Freund beim Bier. Er hat mir dann offenbart, er hatte wie viele andere unbemerkt Corona und ist daher ebenso unbemerkt genesen. Wir haben zwischen 5 und 10 Millionen genesen im Land. Nun hat seine Ärztin einen Antikörperwert von über 2000 festgestellt. Was soll ich denn machen, wenn die Impfpflicht kommt? Obwohl genesen, doppelt und dreifach impfen, das kann doch nicht gut für mich sein, sagt er. Und nein, meine Damen und Herren, das muss tatsächlich nicht gut sein. Und ich verspreche Ihnen, ich werde mich für diese Menschen einsetzen. Wir werden uns als AfD für diese Menschen einsetzen. Mit uns gibt es keine Impfpflicht. Die BILD hat dankenswerterweise mal ein paar Aussagen von Ihnen dokumentiert dazu. Jens Spahn versprach, dass alle Beschränkungen fallen können, wenn zwei Drittel der Bevölkerung geimpft seien. Fakt ist, aktuell sind rund 68 Prozent der Deutschen geimpft. Die Maßnahmen werden immer strenger. SPD-Experte Karl Lauterbach erklärte noch im April, dass der Impfschutz für die meisten gegen schwere Krankheit für ein Jahr vielleicht länger halte. Fakt ist, die STIKO rät nach sechs Monaten zur Auffrischung für über 70-Jährige. Die Regierung will Booster-Piekse für alle. Kanzleramtsminister Helge Braun versprach im März, wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren. Fakt ist, die Regierung droht jetzt mit dem nächsten Lockdown. Die Unionsfraktion teilte im Dezember letzten Jahres mit, dass es keine Impfpflicht geben wird, auch nicht durch die Hintertür. Fakt ist, jetzt soll sie kommen, sogar durch die Vordertür. Das Robert-Koch-Institut erklärt im April, dass Geimpfte für das Pandemiegeschehen wahrscheinlich kaum eine wesentliche Rolle spielen, da sie kaum ansteckend seien. Fakt ist, auch Geimpfte sind ansteckend und ansteckbar. Laut RKI waren unter den über 60-Jährigen zuletzt über 60 Prozent der symptomatischen Corona-Fälle geimpft. All dies, Zitate, deren Liste ich beliebig verlängern könnte, die ihre gebrochenen Versprechen und ihre mangelhafte Weitsicht zeigen. Wer aber prophezeite, die Politik, diese Politik wird sich so sehr in ihren Fehlern verheddern, dass es irgendwann zur Impfpflicht kommt, der war was? Verschwörungstheoretiker, Schwurbler und Rechtspopulist. Selten gab es eine Zeit, in der angebliche Verschwörungstheorien schneller wahr wurden als heute. Selten gab es eine Zeit, in der angebliche Rechtspopulisten sich so viele Euro als Wahrsage hätten dazu verdienen können. Selten gab es eine Zeit, in der die Unfähigkeit und Überforderung schneller zu solch eklatanten Wortbrüchen führte als heute. Wir setzen hingegen auf positive Maßnahmen. Und ich habe es Ihnen schon öfter gesagt, warum wird nicht in die Erforschung von antiviralen Medikamenten genauso investiert wie in die Impfung? Sprich, anstatt alle fünf Monate zwangsweise zu impfen, ist es doch sinnvoller, die Symptome mit einem Medikament zielgenau zu behandeln. Oder wollen Sie selbst dann eine Impfpflicht, wenn wir Corona vernünftig behandeln können? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle. Und ich frage mich wirklich, warum denken Sie nicht in diesen positiven Optionen? Warum setzen Sie nicht auf den Fortschritt der Medizin und befördern den? Warum haben Sie die Lösung nicht in den Blick genommen bis heute? Wir haben jetzt in den USA die ersten Notfallzulassungen für Anti-Corona-Medikamente. Diesen Ansatz müssen wir doch weiter ausbauen. Und, und damit komme ich zum Schluss, sehen wir auf Schweden. Was haben Sie dieses Land verteufelt? Es hat Ihnen nicht gepasst, dass dort nicht autoritär, sondern ganz ohne Zwang und Lockdown gearbeitet wird. Heute sehen wir niedrigere Inzidenzen, deutlich weniger in den Krankenhäusern und viel weniger Tote, ganz ohne Lockdown, ganz ohne Impfpflicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wagner. Vielen Dank.